Hallo Leute, ich bin hier mit Omar Khatib. Omar Khatib, wie geht's dir? Mir geht's gut. Das freut mich sehr. Omar Khatib, ich zeige dir ein Synonym für ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu, das sagen die Leute immer im Deutschkurs, das lernt man im B1-Kurs, B1-Plus-Kurs. Ich gebe dir einen Satz, den wir nutzen nur Muttersprachler normalerweise. Und der heißt, ich gehe d'accord. Ich gehe d'accord. Genau, ich gehe d'accord, das ist ein französisches Wort. Genau, ich gehe d'accord. Zum Beispiel, jemand sagt dir, okay, das ist ein tolles Auto, das ist super teuer, aber trotzdem immer noch ein gutes Auto, ein guter Preis. Und dann sagst du, okay, ich gehe d'accord. Ich gehe d'accord. Ich gehe d'accord, ich bin einverstanden. Da gehe ich d'accord, sagen auch viele. Sag noch einmal. Ich gehe d'accord. Also genau so, ich stimme dir zu. Genau, ich stimme dir zu, ist genau das Gleiche. Ich finde, er hat das sehr gut, sehr gut gelernt, sehr schnell gelernt. Geht ihr da d'accord? Vielen Dank. Dankeschön. Danke.